Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Sky Factory 4. Ja, wir sind ja letztes Mal gestorben im Twilight Forest. Und wir bekommen wahrscheinlich die Sachen nicht so schnell wieder. Jetzt müssen wir natürlich gucken. Ich glaube ich habe hier irgendwo noch eine Remote-Ding drin. Das wird jetzt relativ lustig die zu finden. Weil die bräuchte ich jetzt. Ich bräuchte einfach eine Kiste, wo ich die mal rein tue. Eine externe Kiste. Wo ich so zwei, drei drin habe im Umfall. Aber ich bin mir sicher, ich hatte eine noch. Also ich hatte zwei. Normalerweise. Obwohl ich komm schon, wo bist denn du? Ja, wo bist denn du? Die ist noch fast leer, lol. Okay. Die ist noch drin. Da haben wir gerade so viele Reds. Okay. Wo ist das denn? Das gibt es doch gar nicht. Huch, die ist ja ganz leer. Oh nee, bitte nicht sagen, dass ich die neu machen muss. Schaut aber ganz aus. Okay. Dann halt auf die alte gute Weise. Weil du wirst immer noch nicht gehen, ne? Doch. Oh. Oh. Die funktioniert. Das ist meine Remote. Ich mache es trotzdem jetzt noch ein paar Remote. Komm. Ich bin damit zufrieden. Ah, schön. Okay, erstmal brauchen wir Essen. Halt da noch Bread vielleicht drin hier irgendwo? Toast auch hier auch noch schon. Okay. Okay, ich bin schon wieder satt. Tibi meinte. Ich sollte doch, also er hat es schon öfter gemeint, ich habe es bloß bis jetzt immer irgendwie vergessen meistens, dass er in den Digital Miner sollte. Digital Miner kenne ich sogar schon sehr lange. Von meinem alten Kanal habe ich auch, glaube ich, Jurassic Park, glaube ich, oder Minecraft Jurassic Park, Jurassic World. Da gab es auch den Digital Miner. Da ist natürlich ein bisschen was zu bauen, aber okay, der schaut auch ein bisschen anders aus, wie ich das damals kannte. Aber der ist wahrscheinlich angepasst worden, denke ich. Atomic Alloy. Aus einem Reinforced Alloy im Metallic Infuser. Mit Refined Obsidian oder Compressed Comptured. Enriched Alloy. Okay, da brauche ich jetzt Redstone. Also alles wird im Metallic Infuser gemacht. Das ist schon mal gut zu wissen. Ich habe noch kein Metallic Infuser. Ich habe noch kein Orsenium. Oder was? Das ist jetzt so gut zu wissen, dass ich den Scheiß schon wieder nicht habe. Dafür müssen wir wahrscheinlich in eine unserer schönen Welten hier wieder gehen. Und ich denke mal, die Obsidian wäre wahrscheinlich die Besten. Ich nehme meine Obsidian-Axt und behalte mir, weil ich werde gerne mal die Sachen irgendwann wieder. Aber ich war hier besser. Das ist nicht auf Diamond Level. Du bist auf... Du bist auf... Okay. Ähm... Ich brauche trotzdem noch... Waffen... 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 Und dann einmal den Kopf. Dann einmal die Schuhe. Äh, die Hose. Und dann die Schuhe. So. Perfekt. Und dann hätte ich noch eine normale Diamant-Spitzhacki-Kern jederzeit dabei. Genauso wie eine Axt. Und eine Schaufel. Du weißt ja nicht, auf was man trifft. So. Gut. Und dann können wir das mal ganz anziehen. So ein bisschen gesicherter. Ähm... Dann nehmen wir noch ein bisschen Toasted Bread mit. Toasted Bread. Und dann... Würde ich sagen... Up in die Lost Cities. Weil wenn ihr hier jetzt aus mir noch keine aus mir haben habt, glaube ich richtig blöd. Da. Torches hätte ich noch mitnehmen können. So. Intibiert gesagt. Das Bett bringt sich hier nichts. Das will ich jetzt probieren. Okay. Das bringt sich echt nichts. Äh... Okay. Noch mal zurück. Vielleicht kann ich hier dann eine Zeit erraten. Hier haben wir auch Nacht. Okay. Die on my bed. Sogar dieselbe Farbe. Oh. Da sind hier nicht gerade so viele schöne Mops drin. Okay. Ähm. Habe ich mein... Oh Gott. Ich habe das andere Ding auch verloren. Shit. Habe ich das mit... Ja, ich habe es mitgenommen. Okay. Daten verloren. Ups. Der läuft immer noch brav. Ja, perfekt. Ähm. Irgendwas ist mir noch in den Kopf gekommen, was ich mitnehmen hätte können. Ah, genau. Torches. Das war's. Automatic torch. Torches. Darkness while in inventory. Block of coal. Jane? Hat auch immer nur einen so einen scheiß Ding. Ähm. Ich muss jetzt mal noch ein bisschen coal machen, damit man genug auflager hat. Na komm. Dann kann ich jetzt hier nochmal schon ein paar Blöckchen machen. Das Ding interessiert mich jetzt ehrlich gesagt sehr, sehr gut. Ich habe doch wahrscheinlich trotzdem torch... Torch Berries. Torch Launcher spawns in a torch wherever it lands. Ist auch cool. Ich habe keine Goldingins mehr, Leute. Jetzt dann, äh... Post Mahlzeit. Ich will ihn haben. Ich kenne Gold mehr. Doch. Hier noch voll viel. Halt. Kleint. Der ist doch super. Den nehmen wir für mit unterwegs. Hallo. Wir wollen hier top ausgestattet sein, diesmal. So. Die Dinger sind ja auch mega, aber von denen habe ich noch nicht genug Sachen. Da muss ich mal gucken dann. Das Ding schaut lustig aus. Up in Lost Cities. Right click to toggle on. Müsst ihr heißen, ich müsste mich dann nicht mehr ums Fackeln platzieren kümmern. Und ich hoffe mal, dass das Ding jetzt an ist. Ich habe meine Fackelwaffe dabei. Und bin bereit, sie zu nutzen. Und zwar würde ich die zu... Uuuuuh. Ich bin ja zu weit gerannt. Ich will zwar... Da langlaufen. Einfach da langlaufen. Oder ich nutze... Ne, warte mal. Geh weg. Ne. Wir bleiben erstmal hier. Wir verwenden dafür dann hier eine Card. Hallo. Cool. Das Ding ist cool. Jetzt habe ich mich so reingefahren. Scheiße. Natürlich, wenn du überall so Sachen hängen hast, dann ist das... ...schwerer zu platzieren. Aber wenn du sobald stehen bleibst, ist das super. Geht das auch so seitlich? Und eher weniger. Das ist die nächste Bahn. So macht platzieren von Fackeln Spaß. Das ist cool. Hä? Einfach durch die Gegend laufen und ballern. Ich glaube, ich habe eh irgendwo schon mal geöffnet. Dann kann ich da ja mal runterlaufen und versuchen, Ressourcen zu koppeln. Was bist denn du? Das ist ja mit einem Alu-Berry. Okay. Was heißt, wir buddeln sind einfach mal eingebunden runter. Da platzieren wir eine Fackel, da platzieren wir eine Fackel, dort platzieren wir eine Fackel. Hier oben platzieren wir eine Fackel und hier buddeln wir uns jetzt runter. Dann können wir jetzt nicht mal ausprobieren, wie gut das andere Ding funktioniert. Wie gesagt, Digital Minder, dafür muss ich erstmal ein Ausgleichungsort finden. Und ich glaube, das muss ich noch hier finden. Och ne, ich höre schon wieder die Wows. Wo war's? Wo war's? Wo war's? Hätte ich das Ding jetzt angeschraubt? Oh leil. Jetzt hat er das gemacht. Cool. Okay, es funktioniert. Wow. Wow. Jaw. Wow. Oh, ich würde ja wieder so viel Cobbles rumfahren. Man, alter. Das Ding ist praktisch. Wäre einen Bogen vielleicht noch mitnehmen können? Das wäre noch eine Idee gewesen. ein guter alter das wäre vielleicht noch so eine gute idee gewesen aber frei von daher kann sie auch in die tiefe in alter das ding ist praktisch ich muss nicht mehr daran denken fackeln zu platzieren oh du schönes leben wieder schalten wir so nach koppa aus ich wurde mich jetzt einfach fürs erste mal runter und schau wo ich da rauskomme was anderes habe ich nicht als idee wirklich das muss halt so gemacht werden so muss ich einfach nur suchen wo ich aus mir empfinde so was habe ich denn jetzt hier tritanium tritanium ok auch ne sache tschuldigung leute da hat sie mir kurz die nase rauskauen ähm jetzt sind wir auf tritanium level aus mir muss ich ja hier auch irgendwie finden bedeutet irgendwie scheiße irgendwie muss das hier simpel und einfach findbar sein ich kann hier einfach ein inventar lassen oh jetzt ist mein inventar schon wieder voll vielleicht zieht es einfach mal wir buddeln hier einfach mal so tief runter wie es nötig ist und ich verkack's grad volle wäsche irgendwann stoße ich mal wieder auf den rand wahrscheinlich irgendwie so ich versuche aber jetzt halt von hier aus sozusagen mehr bitte die mitte zu erwischen weil die mitte müsste ja tiefer sein und je tiefer man ist desto besser sollte das ja hoffentlich sein also ich hoffe es zumindest das hat er bewirb gemacht aber tut da eine Plattform ok aber Leute ich würde sagen ich budel mich mal hier bis zum Erdkern vor ich hoffe es gefallen wenn ja lasst euch einen Daumen nach oben da abonniert wenn ihr noch nicht habt und wir sehen uns beim nächsten mal wieder also bis dann ciao everything changes